Moin, ich bin's Julian. Ich nehme euch heute mit in den Wald zum Forstmurchen. Mich hat heute Morgen unser Förster spontan angerufen, da er große Probleme mit Wildschaden an seinen Jungpflanzen hat. Wie ihr seht, ist die Fläche nahezu von dem Borkenkäfer komplett zerstört worden. Daraufhin hat er diese mit Douglasien neu aufgeforstet. Er wollte ohne Wildschutzhaun auskommen, da es immer ein Eingriff in die Natur in den Wald ist, was leider nicht funktioniert hat. Hier an der Douglasie seht ihr zum Beispiel, dass das Wild oder die Rehe die ganze Rinde kaputt machen. Daraufhin haben wir heute Morgen Zauntrassen aufgemulcht, die ihr mir vorher angezeigt habt. Hier wird der neue Wildschutzhaun entstehen, damit die Jungpflanzen jetzt geschützt sind und sich gut entwickeln können. Wir sind mit dem Fendt 39, Forstschlepper hier im Einsatz, mit dem FAE Forstmulcher. Wie ihr seht, haben wir für jeden Einsatz die richtige Maschine. Manching, wir schaffen was.